Faihi bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi rabbil alamin wa s-salatu wa s-salam ala labina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jama'in im Namen Allahs des Alabamas des Vom Herzigen in Allahs Segen und Heil salam Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und auf seinen Freunden und all denjenigen, die in seine Fußschapfen treten bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen kann noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters und gemeint ist, dass niemand am Tag der Auferstehung die Sünde eines anderen Menschen tragen kann. Keiner kann zum anderen sagen übernimmt für mich die und die Sünde weil die sowieso vergeben wird oder ähnliches Das heutige Kapitel neue Kapitel, das wir anfangen und die Hälfte davon besprechen wir Wie wir wissen, die Kapitel sind immer in zwei Teile eingeteilt Der erste Teil ist, der Autor erwähnt zu dem Thema was er, von dem er erzählt Ayat und Hadithe und danach schreibt er uns punktuell den Nutzen auf von diesen Ayat und diesen Hadithen welchen Nutzen wir aus diesen Sachen ziehen sollen und es obliegt demjenigen, der das vorträgt dass er diese Ayat und diese Hadithe erläutert und erklärt das heutige Kapitel ist und mit welchen Absichten man das macht Und wenn es gemeint ist, über das Opfern für jemand anderes außer Allah gemeint ist Opfern von Tieren Opfern von Tieren Und wenn wir reden, wenn wir von dieser Thematik reden dann meinen wir damit oder wenn wir sagen, das Opfern für jemand anderes außer Allah Das bedeutet, wir meinen hiermit den großen Schirk weil man für jemand anderes außer Allah ein Tier opfert aus Verherrlichung dieser Person gegenüber und um dieser Person näher zu kommen Wenn man das macht, dann hat man den großen Schirk begangen der einen aus der Milla von Ibrahim hinauswirft Die zweite Art, das ist die erste Art zu Opfern dass man für jemanden opfert aus Verherrlichung also Verherrlichung ist hier gemeint eine Form der Anbetung um ihm näher zu kommen Und die zweite Art ist, dass man aus Freude und zur Ehre einer Person etwas opfert zur Ehre einer Person etwas opfert wie ein Gast wie ein Gast zum Beispiel Egal was? Nein, es geht um Tiere jetzt reden wir hier Ja gut, aber egal welches Tier Das ist egal welches Tier Aber normalerweise du opferst sowieso für ein Gast und Tiere, die er essen darf Ja, auf einen Schaf oder einen Huhn Das spielt keiner Das spielt keiner Diese Art zu Opfern wirft einen natürlich nicht aus dem Islam hinaus sondern im Gegenteil es gehört zu den Geflogenheiten der Muslime und es sind Dinge, die teilweise erwünscht sind dass man das macht erwünscht sind und darüber werden wir dann schon im Einzelnen noch reden Und natürlich der Autor, wenn er sagt über das Opfern für ein anderes außer Allah dann meint er die erste Kategorie Er meint, dass man opfert Es geht ja um Tauhid und Usherik Es geht darum, dass man für jemanden opfert aus Verherrlichung ihm gegenüber oder als Form der Anbetung oder um ihm näher zu kommen Das ist damit gemeint Wie zum Beispiel wenn jemand kommt eine verantwortliche Person ein Regierender oder ähnliches er zu einem Land kommt und dann opfern wir für ihn ein Tier damit er an uns gefallen findet und weil wir ihn verherrlichen oder ihn etwas besonderes empfinden Das wäre eine große Form von Ashirk Natürlich diese Form von Opfern ist dadurch Haram und auch das Essen davon ist auch natürlich Haram weil wir dürfen nur die Tiere essen die geopfert worden sind für Allah Woran erkennt man das? Man erkennt es zum Beispiel daran dass man das Tier opfert direkt vor ihm extra damit er es sieht und danach unterlässt man das lässt man das Tier einfach da liegen und öfter profitiert man dann nicht von dem Tier man hat es einfach nur geopfert für die Person damit sie sieht dass man es für sie geopfert hat das war es und wenn wir es allerdings für ihn geopfert hätten als Ehre für einen Gast dann wäre es natürlich eine gute Sache und wenn wir es für ihn gekocht hätten und dann essen würden dann wäre es eine Form der gastlichen Freundschaft oder Gastfreundschaft Gastfreundlichkeit und das wäre überhaupt keine Form von Ashirk und wenn wir sagen das Opfern für jemand anderes außer Allah dann meinen wir damit alles andere außer Allah subhanahu wa ta'ala das umfasst sowohl alle Propheten das umfasst alle Engel alle Auliyah und alle anderen Menschen dann geht es weiter der Autor hat das Kapitel folgendermaßen beschrieben er hat gesagt was überliefert worden ist in Bezug auf das Opfern für jemand anderes außer Allah nochmal was überliefert worden ist in Bezug auf das Opfern für jemand anderes außer Allah hat er in dieser Überschrift erklärt was das Urteil ist über so eine Person die so etwas tut hat er nicht erklärt sondern er hat nur gesagt was überliefert ist diesbezüglich an Versen oder an Hadithen und natürlich nur eine Auswahl davon manchmal in den Überschriften findet man dass er ein Urteil direkt abgibt zum Beispiel Kapitel darüber dass das Gebet Pflicht ist im Fiqh das wäre ein Urteil in der Überschrift richtig hier hat er das nicht gemacht warum macht ein Autor in der Überschrift manchmal erwähnt er das Urteil Pflicht Haram Wajib also Pflicht oder Mustahab oder Sunnah und warum erwähnt er es manchmal nicht das kann zwei Gründe haben entweder der Autor weiß nicht das Urteil darüber er ist nicht im Klaren darüber ob das Urteil Haram ist oder Sunnah oder ähnliches sondern er schreibt über dieses Thema kann ja sein dass er die Ansichten der Gelehrten erwähnt und für ihn ist noch nicht klar was die wahre was das wahre Urteil darüber ist das ist aber hier nicht der Fall sondern was hier der Fall ist der zweite Grund ist warum man in der Überschrift noch nicht das Urteil erwähnt den Hukum erwähnt ist weil die Angelegenheit detailliert behandelt werden muss ja weil er sagt dir das Opfern für einen Anlass aus Allah wir haben gesagt wenn du Opferst für einen Gast ja als gastfreundliche Geste dann ist es eine gute Sache wenn du aber Opferst für ihn um ihm näher zu kommen dann ist es der große Schirk insofern hat der Autor in seiner Überschrift das Urteil nicht erwähnt weil das weil das Urteil abhängt von der Ursache warum man überhaupt opfert und von der Absicht warum man überhaupt für diese Person opfert also das ist der Grund warum man in der Überschrift nicht das Urteil erwähnt hat außerdem will der Autor dem Schüler der so etwas liest beibringen dass er selbst aus den Versen und aus den Hadithen die der Autor erwähnt das Urteil herauszieht und herausfiltert und versteht was das Urteil darüber ist ja das ist der Grund und das ist natürlich eine pädagogische Maßnahme die sehr sinnvoll ist zunächst einmal erwähnt der Autor den einen Vers aus Surat Al-An'am Surat Nr. 6 Vers 162 163 er sagte die Aussage Allahs und die Aussage Allahs oder Allah der Ahaben hat gesagt Allah sagte zu seinem Propheten Muhammad S.A.W. sprich mein Gebet oder mein Salah meine Nusuk meine Opferungen mein Leben und mein Tod sind für Allah den Herrn der Welten er hat keine Teilhaber er hat keine Teilhaber dies ist mir anbefohlen worden und ich bin der erste der Muslime noch einmal sprich mein Gebet meine Opferungen mein Leben mein Tod alles ist für Allah den Herrn der Welten er hat keine Teilhaber dies ist mir aufgetragen worden und ich bin der erste der Muslime das Wort Allahs sprich Qul ist hier gerichtet an den Propheten Muhammad S.A.W. zu wem soll er es sagen zu den Muschrikin in Makkah warum weil die Surah auf Al-An'am eine mekanische Surah ist inna salati wahrlich mein Salah gemeint ist hier das Salah was wir kennen das Salah in der arabischen Sprache kann bedeuten das Bittgebet das Dua aber wenn wir normalerweise in den Hadithen oder im Koran das Wort Salah lesen normalerweise nicht immer dann verstehen wir darunter dieses rituelle Gebet das beginnt mit Allahu Akbar und endet mit Assalamu Aleykum ein Nusuk ist sprachlich gesehen der Gottesdienst Al-Ibada ein Nusuk ist ein ist ein Ibada in unserer Scharia verstehen wir unter Nusuk normalerweise im arabischen das Opfer um jemandem näher zu kommen das ist Verstehen mit der Nusuk und die Frage ist jetzt sollen wir diesen Vers den Allah erwähnt hat sprachlich verstehen oder so verstehen wie wir es in der Scharia normalerweise verstehen würden das ist eine wichtige Angelegenheit davon hängen viele Bestimmungen ab zum Beispiel als der Prophet Sallallahu Aleyhi wa Sallam in dem Hadith gesagt hat oder der Brief in dem er geschrieben hat nur ein reiner Mensch soll den Muschaf berühren oder darf den Muschaf berühren wenn jemand rein ist sprachlich gesehen ist sauber ist nicht dreckig auf der Hand aber gesetzlich gesehen Tahir kann mehr als eine Sache bedeuten Tahir kann bedeuten er ist rein und hat somit Wudu gemacht oder es kann bedeuten er ist Tahir im Gegensatz zu den Kuffar die Najis sind und das ist dann im übertragenen Sinne gemeint und deswegen davon hängt dann auch das Urteil des Faqih ab wie er es verstanden hat der Autor sagt oder der den Text erklärt er sagt Rahimahullah normalerweise normalerweise grundsätzlich gesehen verstehen wir jedes Wort im Koran und im Hadith das auf der einen Seite eine sprachliche Bedeutung hat auf der anderen Seite in unserem Gesetz eine Definition hat verstehen wir es so wie die Definition es definiert hat also normalerweise wenn das Wort Salah im Koran oder im Hadith vorkommt verstehen wir darunter das Salah was wir kennen mit Allahu akbar beginnt ist und mit Assalamu alaikum endet ist wenn wir und normalerweise verstehen wir unter dem Salah nicht einfach nur Dua weil in unserer Scharia hat das Wort Salah so definiert das allgemein gesehen gut die Frage ist warum hat Allah den Propheten angeordnet dass er ausgerechnet diese Ibadat erwähnen soll warum ausgerechnet das Salah das Opfern Nusuk warum diese beiden Gottesdienste beim Salah ist die offensichtliche Erklärung weil das Salah ist die ist der beste Gottesdienst den man körperlich gesehen verrichtet den man verrichten muss mit dem eigenen Körper also das Salah ist besser als zum Beispiel Al-Jihad deswegen das Salah ist das beste Gott ist der beste Gottesdienst besser als Hajj zum Beispiel auch Hajj ist auch Hajj ist ein Gottesdienst den man mit dem Körper eigenen Körper verrichten muss als auch mit dem Geld natürlich seit man bekommt das Geld zum Beispiel also auf jeden Fall aber das Hajj ist auch eine körperliche Angelegenheit zweifellos und das Salah auch und das Salah ist aber natürlich wertvoller zweifellos deswegen ist er auch die zweite Säure des Islam das ist klar aber warum hat er ein Nussuk erwähnt warum hat er ein Nussuk erwähnt manche Gelehrte sagen als Erklärung weil der weil das Opfern ist die beste Ibadah was das Geld angeht man muss Geld zahlen um dafür ein Opfer zu kaufen um das zu opfern offensichtlich ist diese Erklärung nicht ganz einwandfrei denn wir wissen dass die beste Ibadah oder der beste Gottesdienst in Bezug auf Geld ist was Zakat sonst wäre Zakat nicht einer der fünf Säulen des Islam also Zakat ist offensichtlich besser als das die Frage ist warum hat er das erwähnt Allahu Aalam nach einer anderen Erklärung heißt es ganz einfach der Nussuk haben wir doch vorhin gelesen oder gelernt Nussuk muss nicht bedeuten unbedingt Opfern sondern kann bedeuten jeglicher Gottesdienst und dann würde der Vers bedeuten sprich mein Gebet und jegliche Form von Gottesdiensten jede Ibadah ist für Allah und dann würde Allah seinem Prophet angeordnet haben erwähnen erstmal das Gebet weil es das wichtigste ist von allen Gottesdiensten und dann sagt und sowieso alle anderen Gottesdiensten auch die kommen danach also erst eine spezielle Sache und danach allgemein alle Gottesdienste und dann wäre es eine Hervorhebung speziell für das Salah und Allah weiß am besten Bescheid und dann sagte er das heißt mein Leben und mein Tod sind für Allah dem Herrn der Welt alles ist für ihn gewidmet in diesem Leben und natürlich auch Allah ist derjenige der bestimmt wann man lädt und wann man stirbt also bestimmt er wann er die Seele von jemandem beknimmt und wann er jemandem eine Seele gibt und wann nicht und durch die Aussage Allahs mein Gebet und mein Opfer gelten oder sind Allah dem Herrn der Welt gewidmet ist welcher Tauhid erfüllt welcher Teil des Tauhids ist der sich erfüllt ja ok die offensichtliche Bedeutung und durch die Aussage also mein Leben und mein Tod sind für Allah gewidmet oder sind in den Händen Allahs sind die welcher Teil des Tauhids erfüllt wie bitte also die dass Allah ihm die alleinige Herrschaft gebührt und dass er in seinen Händen sind alle Angelegenheiten er bestimmt was passiert und was nicht passiert für Allah den Herrn der Welt das heißt mein Gebet und mein Opfern alles sind für Allah den Herrn der Welt Allah subhanahu wa ta'ala dieser Name Allah ist eine Bezeichnung für die Göttlichkeit selbst also für Allah subhanahu wa ta'ala selbst und die die auf Arabisch ihr kennt die Meinungsverschiedenheit die Bekannte Allah von woher stammt das ist Allah ein Name von Allah an sich also war es schon immer so ein Name von ihm subhanahu wa ta'ala oder ist es entsprungen aus dem arabischen Wort Al-Ilah beide Ansichten gibt es der Autor hier bevorzugt die zweite Ansicht und sagt Al-Ilah ist der Ursprung von Allah Al-Ilah bedeutet übersetzt wird das normalerweise der Gott und er sagte weil man das Wort viel verwendet hat ist die Hamza verschwunden also Al-Ilah diese Hamza I ist verschwunden und dann wurde es Allah und dann hat man das Lahm dunkel gesprochen und sagt Allah er sagt es dadurch ist das entstanden Allah weiß am besten Bescheid und aber was bedeutet Allah es ist derjenige der angebetet wird das ist also ein Passiv derjenige der angebetet Al-Ma'luh auf Arabisch ist der ein Passiv derjenige der angebetet wird oder den man liebt derjenige der geliebt wird oder derjenige der verherrlicht wird das ist gemeint mit Al-Ilah insofern wenn man das verstanden hat dann weiß man wenn man jemand anderes mehr liebt außer Allah jemand anderes mehr verherrlicht außer Allah und so weiter dann ist das dein Allah dann hat man das jetzt verstanden wir dürfen nicht von unserer eigenen Muttersprache immer ausgehen und sagen in unserer Sprache Gott wird das und das wir verstehen das so wie es im Arabischen definiert ist oder was die Arabische Sprache hergeben ist ja klar weil der Koran auf Arabisch gesammt worden ist und und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt also er soll der Prophet also der Prophet soll sprechen sind für Allah dem Herrn der Welt Rabbil Alamin und Arab da haben wir wieder die zweite von den drei Kategorien des Tauhid nochmal bestätigt dem Herrn der Welten was ist der Herrn der Welten die Welten gemeint ist alles außer Allah subhanahu wa ta'ala alle Welten Bewohner oder Welten die Welt der Jinn die Welt der Engel die Welt der Menschen und was Allah subhanahu wa ta'ala sonst noch erschaffen hat all dies Allah ist davon der Herr also Al-Alamin ist alles außer Allah subhanahu wa ta'ala ja und als Allah sagte er hat keine Teilhabe dann beinhaltet es automatisch auch wenn es nicht explizit erwähnt ist automatisch die dritte Form des Tauhid und zwar dass Allah subhanahu wa ta'ala niemandem in seinen Namen und Eigenschaften gleicht und deswegen sagt er subhanahu wa ta'ala nichts ist ihm gleich und er ist doch der Allhörende der Allsehende also obwohl Allah subhanahu wa ta'ala der Sehende ist und der Hörende ist und sehen und hören kann trotzdem niemand gleicht ihm weder in diesen Eigenschaften noch in anderen Eigenschaften denn der einfachste Unterschied zwischen dem Hören Allahs und unserem Hören ist dass unser Hören beschränkt ist wenn eine bestimmte Entfernung erreicht ist dann können wir nicht mehr hören und Allah subhanahu wa ta'ala hört alles und ihm bleibt nichts verborgen das gleiche gilt für das Sehen wenn bei uns jemand eine Wand vor unsere Augen steht da können wir bestimmt nichts mehr sehen auch wenn es nur ein Zentimeter ist aber Allah subhanahu wa ta'ala sieht alles ok und deswegen wissen wir dass diejenigen die Allah etwas beigesellt haben seien es irgendwelche Götzen oder sei es Isa Ibn Maryam oder manche haben den Propheten nie übertrieben manche Dichter und haben ihn bezeichnet als Sachen die also Katastrophen sind wie wir es gelernt haben es gibt ein paar extreme Sekten sage ich mal außerhalb des Islam nicht innerhalb des Islam weil das hat mit Islam nichts mehr zu tun sie bezeichnen unseren Propheten mit Eigenschaften mit denen der Prophet sich nicht selbst beschrieben hat und wenn jemand den Propheten verherrlichen möchte dann soll er ihm das glauben was der Prophet ihm mitgeteilt hat wenn ich aber dem Propheten etwas zuschreibe oder etwas über ihn sage was gar nicht stimmt dann habe ich über ihn gelogen dann habe ich ihn nicht verherrlicht sondern habe ich ihn im Gegenteil beleidigt weil ich habe ihn nicht respektiert und manche übertreiben und manche übertreiben ihn und erwähnen sogar Sachen die Schirk sind und die sind realistisch und kann man nachlesen und auch in der Realität noch erfahren leider in Deutschland anderswo dass manche bezeichnen den Propheten s.a.w. als dafi'al bala und dafi'al bala bedeutet derjenige der das Übel hinfort nimmt oder derjenige der das Übel abwendet ja und das ist eine Katastrophe den Propheten s.a.w. so zu bezeichnen oder manche bezeichnen den Propheten s.a.w. als nurum min nurillah Licht vom Licht der Allahs und das ist auch eine Katastrophe Allah s.a.w. hat sich als das Licht der Himmel und der Erde bezeichnet er sagte Allahu nurus samawati wal Ard und der Prophet s.a.w. hat von seiner Schöpfung überhaupt nichts von Allah s.a.w. sondern der Prophet s.a.w. hat eine Geschöpfung erschaffen aus dem Samen seines Vaters und dem Ei seiner Mutter und das war es mehr nicht und was ihn als Besonderes macht ist, dass Allah ihn auserwählt hat als Gesandten Allahs und was ihn als Besonderes macht ist seine Taqwa die er im Herzen getragen hat und die er ausgelebt hat ok und übrigens übertrieben haben auch manche muslimische Gelehrte die bekannten Namen haben es gibt einen Gelehrte der auch für die Hadithwissenschaft einiges getan hat der heißt Al-Busiri und er hat auch in seinem Gedicht etwas erwähnt brauchen wir es nicht übersetzen was oder er hat etwas erwähnt was auch eine Katastrophe ist also sogar manchen Gelehrten ist das leider passiert und zwar hat er gesagt in diesem Gedicht und zu dem was du weißt gehört das Wissen über das was auf der Tafel drin steht und was das Schreibrohr geschrieben hat gemeint ist also das was in der wohlbewahrten Tafel geschrieben steht bis zum Tag der Auferstehung was dort alles geschehen wird und er hat den Propheten beschrieben als jemand der das weiß das ist eine Katastrophe und der Propheten wusste das nicht sondern er wusste nur einen Teil davon und zwar das was Allah ihm mitgeteilt hat gut wie dem auch sei dann sagte Allah zu seinem Propheten am Ende dass er sagen ich bin der Erste der Muslime oder ich bin der Erste der Gott ergebenen wie verstehen wir diese Aussage was heißt der Erste was bedeutet der Erste der Erste kann zwei Bedeutungen haben erstens die erste Bedeutung ist der Erste der Muslime zu der Zeit und das ist gehen wir davon aus dass Ibrahim der Erste von seiner Ummah ist die ihm gefolgt ist er der Anführer ist weil es kann nicht sein dass gemeint ist der Erste Muslim überhaupt weil Adam war schon Muslim vorher da also es kann nicht sein dass Ibrahim der Erste war und wenn man als Muslime bezeichnet nicht nur die Menschen dann sowieso gibt es Muslime noch vor uns aber das ist die Erste Bedeutung aber die Zweite Bedeutung kann im übertragenen Sinne wenn man sagt ich bin der Erste der Muslime oder er soll sagen Mohammed soll sagen ich bin der Erste der Muslime gemeint ist der Beste der Muslime dafür gibt es einige Hinweise warum das so verstanden werden kann also wenn ich sage ich bin der Erste oder ich habe eher ein Anrecht auf etwas zum Beispiel also weil auf Arabisch Al-Awwal und Aula also ob ich auf Arabisch sage der Erste oder ich habe eher ein Anrecht auf das Beide das gleiche Wort warum habe ich das gesagt weil jetzt erwähne ich einen Hadith mit dem der Autor beweisen will dass das Wort Erste auf Arabisch nicht unbedingt die Nummer 1 bedeuten muss von dem zeitlichen Aspekt her überhaupt nicht er sagte dass der Prophet Mohammed folgendes gesagt hat im Hadith kennen wir bei Bukhari und anderswo sagt der Prophet Wir haben eher ein Anrecht darauf zu zweifeln als Ibrahim als er nämlich gesagt hat oh mein Herr zeig mir wie du den Toten wieder lebendig machst wir haben aus dem Koran gelernt dass Ibrahim hat zu seinem Herrn gesagt zeig mir wie du den Toten wieder lebendig machst und dann hat Allah ihm angeholt dass er die Vögel nehmen soll und sie zerstücken soll und die Geschichte ist bekannt und Ibrahim hat sie gerufen sie waren wieder lebendig und die Frage war bei diesem Vers was natürlich man denken könnte dass Ibrahim gezweifelt hat dass Allah dazu imstande ist und deswegen hat Allah ihn ja gefragt glaubst du etwa nicht sagt er doch sondern damit mein Herz sich beruhigt und es ist ein Unterschied ob mein Herz beruhigt ist oder ob ich Zweifel habe es sind zwei verschiedene Sachen es kann sein jeder von uns weiß dass Allah zu allem imstande und so weiter und so fort und trotzdem hat man manchmal Angst oder ist unruhig das sind zwei verschiedene Sachen und Ibrahim wollte die höchste Stufe erreichen deswegen hat er wollte er dieses Wunder vor eigenen Augen sehen gut obwohl er gewusst hat dass es stimmt als der Prophet Mohammed gesagt hat wir haben eher ein Anrecht darauf zu zweifeln wir haben eher ein Anrecht zu zweifeln als Ibrahim ist damit gemeint dass Ibrahim gezweifelt hat nein weil Ibrahim hat er gar nicht gezweifelt das heißt wenn Ibrahim gezweifelt hätte dann hätten wir eher Anrecht darauf gehabt zu zweifeln aber Ibrahim hat nicht gezweifelt also zweifeln wir sowieso auch nicht zweifeln wir auch nicht und der Prophet hat in diesem Hadith das Wort Aula verwendet das ist das gleiche Wort wie Erste und damit wollte ich nur erklären oder will der Autobus erklären dass das Wort Erste mehrere Bedeutungen in der arabischen Sprache haben kann gut und auf jeden Fall was gemeint ist zweifellos auch gemeint ist dass der Prophet der Erste der Muslime seiner Gemeinschaft seiner Ummah ist und der Beste der Muslime schlechthin ist na das ist zweifellos der Fall ok jetzt machen wir weiter und sagen warum hat der Autor diesen Vers erwähnt bestimmt nicht wegen dem Salah und auch nicht wegen anderen Sachen die wir erwähnt haben sondern der Autor hat diesen Vers erwähnt weil Allah darin seinen Propheten angeordnet hat zu sagen dass seine Opferungen Das ist der Grund warum der Autor diesen Vers erwähnt hat und deswegen daraufhin erwähnte gleich den nächsten Vers und sagte Fasalli Lirabbika Wanhar Fasalli Lirabbika Wanhar drum bete zu deinem Herrn oder drum verrichte das Salah und Opfer für deinen Herrn und Opfer du verrichte das Gebet für deinen Herrn und Opfer also ein Tier warum sollte der Prophet das machen weil Allah ihm Al-Kawthar gegeben hat wir haben dir Al-Kawthar gegeben deshalb bete zu deinem Herrn und Opfer so und Wanhar vielleicht weiß man dass Tiere werden unterschiedlich geopfert wir wissen ein Schaf wird anders geopfert als ein Kamel und Kühe kann man auf zwei Arten Opfern gemeint ist ein Schaf wenn man das schlachtet oder Opfert dann macht man das normalerweise mit einem scharfen Gegenstand oder mit einem Messer also mit einem scharfen Gegenstand und schneidet ihm die Luftröhre und die Speiseröhre und die Halsschlagader durch und lässt ihn ausbluten das ist die Art so kann man auch eine Kuh schlachten aber das Kamel schlachtet man nicht so das Kamel offensichtlich weil es gefährlich ist Allah weil das Kamel ist ein bisschen kräftiger ein Schaf kann man zwei drei Leute können das zusammen festhalten aber das Kamel dann macht man was an nennt man sowas wie ein Dolch und sticht es ihm da irgendwo zwischen dem Hals und der Brust rein wo das Loch ist und steckt es rein und dann lässt man ihn sterben das ist die Art und davor hat man natürlich ihn festgebunden das Kamel und so kann man auch eine Kuh schlachten also Kuh hat man zwei Möglichkeiten dieses mit dem Dolch oder mit dem spitzen Gegenstand reinstechen an die bestimmte Stelle die bekannt ist dieses nennt man Nahra Nahra und die andere und die andere des Schlachten mit dem Messer schneiden also auf jeden Fall das ist nur eine kleine Sache nebenbei am Rande vermerkt ok jetzt gibt es drei Arten von Opferungen sagt der Autor es gibt drei Arten wir kennen Udchia das sind Namen die den Leuten wahrscheinlich bekannt sind Udchia Hedi und Aqiqa er teilt das jetzt in diese Teile ein und er sagt alle anderen fallen in diese Kategorien rein Udchia Hedi und Aqiqa alle diese drei Sachen soll man machen das sind drei verschiedene Arten wie man opfern kann für Allah subhanahu wa ta'ala und alles haben einen anderen Anlass jedes davon hat einen anderen Anlass zum Beispiel fangen wir an und sagen wenn jemand Tamattu' macht zu Hajj geht Inshallah geht dieses Jahr viel Leute zu Hajj dann machen die meisten Muslime wahrscheinlich wenn sie vom Ausland kommen machen sie Tamattu' Hajj also nochmal ganz kurz weil das nicht unser Thema ist es gibt ja drei Arten von Hajj und eine Art von Hajj ist Tamattu' und das ist nach manchen Gelehrten die beste Art von Hajj und zwar zusammengefasst bedeutet es ja dass man in den Monaten in den Hajj Monaten wie sagt man eine Umrah macht eine Umrah macht dann in dem Haramgebiet bleibt bis die Zeit zu Hajj eintrifft und dann Hajj macht ganz einfach also man macht Umrah und wenn man fertig in der Umrah ist man nicht mehr im Ihramzustand geht man aus dem Ihramzustand raus und dann am achten Zulhijjah zieht man seine Ihramkleidung wieder an und macht die Talbiyah und beabsichtigt jetzt den Hajj zu vollziehen das ist der Tamattu Hajj den wahrscheinlich die meisten gemacht haben die zum Hajj gegangen sind weil es beinhaltet Umrah und Hajj gleichzeitig und dann hat man beide Pflichten sofort erledigt sehr klar weil nach manchen Gelehrten ist ja die Umrah auch wajib nach manchen Gelehrten ist die Umrah wajib so wie die Hajj auch wajib ist und deswegen hat man somit das erledigt klar ich meine man geht ja auch dahin deswegen wenn man das macht muss man ein Opfer leisten ein Tier Opfern selbst oder ein Tier Opfern lassen entweder man kann ein Schaf Opfern lassen oder Opfern oder man kann zu siebt ein Kamel und eine Kuh schlachten das ist bekannt aus dem Hajj okay so man kann natürlich auch ein Kamel allein geht auch aber teuer okay aber das ist ein das nennt man Hedi dieses Opfer Tier was man leistet nennt man Hedi einfach per Definition was auch passieren kann wenn du zu Hajj gehst dass Feinde kommen und dich davon abhalten Hajj zu machen das ist dem Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam passiert als sie die Umrah machen wollten natürlich nicht bei der Hajj als sie die Umrah wollten aber es gilt für beide wenn man verwehrt wird vom Haram zu gelangen dann wie heißt es opfert man ein Tier und tritt dadurch aus dem Ihram Zustand aus Alhamdulillah hat es gesagt was jetzt nicht Alhamdulillah möge Allah und den Ländern der Muslime immer Sicherheit gewähren dass sowas nicht mehr vorkommt okay dann gibt es andere Sachen wenn beim Hajj wenn du beim Hajj eine Pflicht nicht machst ein Wajib weglässt oder du verletzt irgendeine Pflicht zum Beispiel du rasierst dir deine Haare während du im Ihram Zustand bist du musst Haare weg von deinem Körper oder Fingernägel schneidest du ja bekannte neuen Sachen darf man im Hajj nicht machen das sind die Ihram Sachen die verboten am Ihram wenn du je nachdem was du machst aber beispielsweise bei Haare und bei Fingernägel und sowas wenn du das machst musst du was machen musst du ein Tier opfern auch für Allah dieses Tier ist dasselbe Tier wie das Tier gerade eben wenn du Hajj machst mit Umrah zusammen das gleiche selbe Tier aber man nennt es anders es nennt man Fidiyah Fidiyah weil es eine Sühneleistung ist du hast ein Wajib nicht gemacht ein Wajib nicht gemacht und du willst es ausgleichen deswegen machst du eine Fidiyah ein Fidiyah ist ein Opfertier wirst du einfach opferst nach den bekannten Regeln im Fiqh das ist eine zweite Art von Tiere die eine heißt Hadiy die andere heißt Fidiyah und der Gelehrte packt das einfach in eine Kategorie spielt aber keine große Rolle aber wir nennen es trotzdem Fidiyah das eine das andere Hadiy weil Allah das eine Fidiyah genannt hat und das andere Hadiy genannt hat ok dann gibt es allerdings Udhiyah Udhiyah manche Gelehrte sagen das wieder ist gleich wieder eine Tierschlacht die Frage ist aus welchem Anlass manche Gelehrte sagen Udhiyah ist Pflicht wann macht man Udhiyah Udhiyah macht man bei wer ist das Haj beim Haj also wie sagt man auf Deutsch Opferfest sagen sie Eid al-Adha Eid al-Adha also der Eid nach der Haj in dieser soll ja der Familienoberhaupt soll ja im Namen der Familie ein Tier Opfern eine Udhiyah Opfern und bekannterweise sobald er das wie heißt es die Nia hat so ein Tier zu Opfern und der erste Tag von Durhijah tritt ein also der Hajj ist am 9. Durhijah 9.12. sobald der 1.12. eintritt darf er auch seine Haare nicht mehr rasieren nirgends und darf nicht mehr seine Feiernägel äh äh wer ist es schneiden ja das darf er nicht mehr machen gut diese Sache ähm nennt man Udhiyah die macht man für die lebendigen Menschen und nicht wie manche Leute denken Udhiyah ist für tote Menschen also manche Araber denken das Wort Udhiyah wenn wir es nicht denken wollen wir gar nicht die Zeit verlieren aber manche Araber denken Udhiyah ist für tote Menschen gemacht ein Opfer für tote Menschen damit also die den Zawab bekommen nicht er macht nicht Opfer für den Toten im Sinne von dass er ihm näher kommt das wäre Schirk da reden wir gar nicht drüber sondern manche sagen Opfer damit der Tote Belohnung bekommt ja das ist nicht der Sinn von Udhiyah und das darf man auch nur machen wenn was wenn der Tote das verlangt hat das heißt wenn der Tote in seiner Wasiyah in seinem Testament geschrieben hat oder gesagt hat mündlich bitte nimmt einen Teil meines Geldes und also das Geld worüber er verfügt nimmt von diesem Geld etwas und kauft ein Tier und schlachtet es damit ich die Belohnung dafür bekomme dann darf man das ausführen oder muss man vielleicht sogar ausführen ja aber nicht einfach für die Toten ein Tier opfern das ist nicht Sinn der Sache und der Prophet hat das nicht gemacht es ist nicht über ihn überliefert worden und wenn es eine gute Sache wäre hätte er es getan denn er hat viele Verwandte die gestorben sind oben ganz oben Khadijah die jahrelang schon verstorben waren für die er es nicht gemacht hat eine weitere Form zu opfern ist Aqiqa das kennen inshallah alle Aqiqa ist das gleiche wieder ein Tier opfern immer das gleiche Tier und immer die gleichen Voraussetzungen im Fiqh ja wie alt das Tier sein muss und was für eine Art Tier und das ist ein gesundes Tier sein muss Aqiqa ist ein Tier das man opfert wenn man ein Kind bekommen hat also gemeint ist wenn man ein Kind bekommen hat wenn die eigene Ehefrau ein Kind bekommen hat oder die eigene Sklaven ein Kind bekommen hat und nicht was anderes also dieses Aqiqa Kind ich meine diese Aqiqa opfert man am siebten Tag und zwar für das männliche also für einen Jungen opfert man zwei Schafe und für eine für ein Mädchen opfert man ein Schaf bei den meisten Gelehrten ist es eine Sunnah und bei manchen Gelehrten ist es eine Pflicht weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat Kullu Ghulamun Kullu Ghulamin Murtahanun Bi Aqiqate Jedes Kind ist gebunden an seine Aqiqa und dazu gibt es mehrere Auslegungen aber die offensichtliche ist das auf jeden Fall nicht offensichtlich Auslegung sondern offensichtliche Bedeutung die wir lernen ist dass ein Kind so lange verbunden ist mit seiner Aqiqa bis man für ihn seinen Aqiqa geleistet hat und er wird erst von dieser Aqiqa Pflicht befreit wenn man wenn der Vater für ihn dieses Tier geopfert hat na ok dann machen wir jetzt eine kurze Pause und dann machen wir weiter Inshallah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagte haddathani rasulullahi sallallahu a'ala biarbi kalimat der gizante Allah sallallahu a'ala hat mir vier Dinge mitgeteilt erstens la'anallah man thabaha li ghayrillah la'anallah man la'ana walidey la'anallah man awa muhdithan la'anallah man ghayra man aral ardu der gesandte Allah sallallahu a'ala sallallahu a'ala sagte Allah hat verflucht denjenigen der für jemand anderes opfert außer Allah Allah hat denjenigen verflucht der seine Eltern verflucht Allah hat denjenigen verflucht der einem muhdith Unterschlupf gewährt Allah hat denjenigen verflucht der die Grenzen versetzt wenn es so einfach zu übersetzen wäre hätte ich einfach so kompliziert gemacht okay erstens la'anallah man dhabaha li ghayrillah ich meine es ist klar Allah hat denjenigen verflucht der opfert der für jemanden anderes opfert außer Allah gemeint ist natürlich das Thema das ist natürlich der Sinn des Hadithes oder der Grund warum man den Hadith erwähnt hat der Hadith ist bei Muslim aber was heißt la'anallah wird übersetzt im Deutschen mit möge Allah verfluchen und im Arabischen la'anallah bedeutet möge Allah ihn ausschließen und entfernen also ausschließen aus der Rahmah von Allah ausschließen aus der Barmherzigkeit von Allah und ihn weit davon entfernen von Allahs Barmherzigkeit wenn du also sagst oh Allah verfluche den Sohn so das heißt oh Allah entferne ihn und schließe ihn aus deiner Rahmah aus also das ist natürlich eine gewaltige Sache und wenn du im Hadith irgendwo hörst la'anallah oder la'anallah Rasulullah dann weißt du dass es eine große Sünde ist Kabira eine große Sünde ist der erste Teil ist klar der zweite Teil la'anallah mal la'anallah waride möge Allah verfluchen denjenigen der seine Eltern verflucht aber übrigens ein wichtiges bevor ich das sage wenn man sagt auf Arabisch oder wenn der Prophet sagt la'anallah dann kann das bedeuten entweder Allah möge den Sohn so verfluchen wie ein Dua der Prophet spricht ein Dua oder es kann bedeuten Allah hat den Sohn so verflucht also das schon geschehen ist die Sache ist natürlich noch schlimmer weil wenn es nur ein Dua ist nur ein Prophet der Dua macht aber Dua kann erhört werden und muss nicht erhört werden aber wenn es eine Tatsache ist Allah hat den den verflucht dann ist es schon geschehen okay und das ist klar ich meine der Obrat für mich anders aus Allah das ist schon geschehen auf jeden Fall deswegen sagt auch der Autor richtiger ist das gemeint ist Allah hat denjenigen verflucht das ist eine Tatsache ist wen noch derjenige der seine Eltern verflucht wie verflucht man seine Eltern indem man sagt Allah verfluche sie das ist nicht der Normalfall und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt worden ist wie kann es vorkommen dass ein Mensch seinen eigenen Vater verflucht oder seine eigene Mutter verflucht hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt indem der eine den Vater des anderen beleidigt und daraufhin beleidigt er deinen eigenen Vater in Wirklichkeit du hast nicht deinen Vater beleidigt ich habe nicht meinen Vater beleidigt aber ich habe den Vater von ihm beleidigt und dadurch beleidigt er meinen Vater und ich bin schuld dass er meinen Vater beleidigt hat dann bin ich als hätte ich die Sünde begangen das ist eine Katastrophe möge Allah uns davon entfernen und deswegen aus dem Hadith lernen wir dass das beleidigen von jemandem wird auch als La'na gewertet also wenn ich jemandem sage wenn ich den Vater von jemandem beleidige dann ist es so als hätte ich seinen Vater verflucht das ist das gleiche weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das Beleidigen gleichgesetzt mit La'na das Yel'an das Verfluchen also gemeint wie kann ein Mensch verfluchen ein Mensch flucht indem er jemanden beleidigt das ist der Punkt ein Mensch flucht indem er jemanden beleidigt ok dann das dritte von den vier Sachen im Hadith La'na Allah man awa muhdithan möge Allah verfluchen jemanden der einem muhdith Unterschlupf gewährt also Unterschlupf gewährt oder ihn aufnimmt oder ihn schützt ein muhdith ist jemand im Fiqh kann bedeuten jemand der kein Wudu hat aber das ist eben nicht gemeint sondern jemanden der entweder etwas in der Religion Neues anstellt oder ein neues Unheil verbreitet entweder jemand der in der Religion etwas Neues anstellt also eine Bid'a macht oder jemand der außerhalb der Religion also unter den Menschen ein Unheil ein neues Unheil verbreitet dazu gehört in Bezug auf die Religion wie jemand wie die Sekten Al-Jahmiyyah und Al-Mu'tazilah und andere und wir werden nicht über die Sekten jetzt reden sondern wir sagen einfach jemand der eine neue Sekte aufgemacht hat oder eine neue Sekte was ist eine Sekte ein Sekte im Grunde genommen unterscheidet sich von dem wahren Islam immer durch bestimmte Aqaid Aqaid bestimmte Glaubensinhalte eine Sekte hat bestimmte Glaubensinhalte anders als die wahren Muslime ja also die Jahmiyyah haben andere Glaubensinhalte als die Ahle Sunnah und Jammah andere teilweise anders natürlich überschneiden sich in vielen deswegen sind sie ja alles sozusagen islamische Sekten aber sie haben teilweise Sachen die wir überhaupt nicht akzeptieren können und deswegen bezeichnen wir sie nicht mehr als Sunniten sondern wir bezeichnen sie als Al-Jahmiyyah so und das gleiche gilt für Al-Mu'tazilah und andere sie haben was haben sie gemacht sie haben irgendwas Neues im Islam verbreitet einen neuen Glauben verbreitet im Inhalt des Islam naja du hast gesagt Ahmadiyya und die andere wie heißt die Ahmadiya habe ich nicht erwähnt weil Ahmadiya hat im Islam gar nichts mehr zu tun aber das ist ja so ok dann die ok die zweite Sache ist wie kann man ein Unheil verbreiten ein neues Unheil verbreiten unter den Muslimen indem man wie heißt es Verbrechen begeht indem man Verbrechen begeht solch ein Verbrechen begeht und irgendein Unheil verbreitet unter den Muslimen ein Gift entwickelt das sich unter den Muslimen verbreitet eine Krankheit irgendetwas Allah weiß am besten wer so etwas macht entweder also eine Bid'a macht in der Religion oder eine Bid'a macht unter den Menschen wie Krankheiten so etwas den wenn man den die Person sowieso ist eine Katastrophe aber wer ihn in Schutz nimmt oder bei sich aufnimmt den hat Allah verflucht ok das ist die dritte Kategorie die vierte Kategorie der die Grenzen versetzt und mit Grenzen versetzt ist gemeint zum Beispiel die Grenzen von Grundstücken versetzt das gibt es gerade damals wer merkt denn wenn du die Grenze um eine Handbreite vergrößerst oder um eine Handbreite kleiner machst Handbreite und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wer wie heißt es ein Grundstück gestohlen hat in der Größe einer Handbreite so wird ihm dieses Grundstück was er gestohlen hat siebenfach am Tag habe ich um den Hals gebunden und dann soll er es hinter sich herziehen deswegen wissen wir dass es eine der großen Sünden ist so etwas zu tun also die Grenzen versetzen von anderen Häusern oder Gärten oder ähnliches und der Autor rahimahullah beendet seinen dieses Kapitel bevor er über den Nutzen redet über den wir nächstes Mal reden werden den wir ziehen werden aus diesen ganzen Sachen und zwar endet er sein Kapitel mit einem Hadith über einen Mann der uns der folgende Mensch berief hat Tariq ibn Shihab er sagte dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam folgendes gesagt hat es gibt einen Menschen der aufgrund einer Fliege in die Hölle gegangen ist und es gibt einen Menschen der aufgrund einer Fliege ins Paradies gegangen ist ich habe es gerade verdreht es heißt umgekehrt es gibt einen Menschen der aufgrund einer Fliege ins Paradies gegangen ist und es gibt einen Menschen der aufgrund einer Fliege in die Hölle gegangen ist dann sagten sie wie kann das sein dann sagte er zwei Männer sind an einem Volk vorbeigegangen die einen Götzen hatten jeder der bei diesem Götzen vorbeigeht opfert diesem Götzen etwas dann sagten sie zu dem einen von den beiden opfere etwas für diesen Götzen dann sagte er ich habe nichts dabei was ich opfern kann für diesen Götzen die sagten zu ihm opfere etwas und wenn es nur eine Fliege ist dann hat er eine Fliege geopfert dann haben sie ihn weiterziehen lassen und dann ist er in die Hölle gegangen und sie sagten zum anderen opfere du auch ein Tier oder etwas dann sagte er er sagte er sagte ich werde niemals für jemanden etwas opfern außer für dem Alltag dem Allnächtigen dann haben sie ihn auf seinen Nacken geschlagen dann haben sie ihn auf seinen Nacken geschlagen dann ist er ins Paradies eingegangen dieser Hadith hat Imam Ahmad überliefert aber nicht in seinem Musnad sondern in seinem Buch als Suhd und auch Abu Nu'aym in seinem Buch Al-Hulya Wallahu A'la das Problem an diesem Hadith ist die Überlieferungskette und wir wollen kurz erklären warum das Problem ist weil der Autor es auch erklärt hat dann erklären wir es auch und zwar habe ich vorhin gesagt der Hadith hat uns überliefert ein Mann heißt Tariq ibn Shihab dieser Mann darüber sind sich die Hadith gelehrten uneinig ist dieser Mann ein Sahabi ein Freund des Propheten gewesen oder nicht aber sie waren sich einig darüber dass er den Propheten direkt diesen Hadith nicht gehört hat ok wenn dieser Mensch kein Sahabi war kein Freund des Propheten gewesen ist sondern ein Mann von der Generation danach gewesen ist ihr wisst ja ich meine was heißt Sahabi es kann sein einen Tag vor ist er gestorben oder so also ich meine die Sache mit Sahabi ist eine teilweise sehr knappe Angelegenheit ja vielleicht hat er den Propheten gesehen er war noch kein Muslim also kann ich als Sahabi deswegen ist die Sache nicht ganz klar auf jeden Fall wenn er kein Sahabi gewesen ist dann ist eindeutig eine Lücke zwischen diesem Mann und dem Propheten wenn er kein Freund vom Propheten gewesen ist dann hat er diesen Hadith von jemand anderes gehört von wem wissen wir nicht und weil wir nicht wissen von wem ist der Hadith taif ganz einfach so sind die Gesetze im Hadith Wissenschaft aber die meisten Gelehrten der Hadith Wissenschaft sagen dieser Mensch Tariq ibn Shehab ist ein Sahabi wenn er ein Sahabi ist folgendes und wir wissen dass er den Hadith nicht gehört hat zum Propheten was machen wir jetzt er ist ein Freund von dem Propheten aber diesen Hadith und er hat gar keinen anderen Hadith vom Propheten gehört was machen wir jetzt sagen wir der Hadith ist an dieser Stelle eine Lücke natürlich ist eine Lücke an dieser Stelle aber die Frage ist stört uns die Lücke nein stört uns nicht weil wenn ein Sahabi erzählt dass der Prophet das und das gesagt hat auch wenn er es selbst nicht gehört hat wir wissen dass er den Hadith gehört hat von wem von einem anderen Sahabi fertig und es interessiert uns nicht zu wissen wir müssen nicht wissen welcher Sahabi es war weil für uns jeder Sahabi ist vertrauenswürdig jeder Sahabi ist vertrauenswürdig gut dann sind wir mit diesem Isnat haben wir jetzt an der Stelle kein Problem aber es gibt die Überlieferung noch einen anderen Menschen der heißt Suleyman ibn Maharan al-A'mash das ist einer der berühmten Hadith gelehrten auch und Überlieferer gewesen aber dieser Mensch ist bekannt geworden für eine Sache die man auf Arabisch Tedlis nennt und er hat folgendes gemacht du weißt wenn ich wenn ich jemanden frage von wem hast du den Hadith gehört du überlieferst irgendeine Sache die du im Fernsehen gelehrt hast und was ich dann sagst du zu mir ich habe es im Fernsehen gehört du kannst mir aber auch sagen sagen wir mal du sagst mir du hast es von Mehmet hat mir das gesagt du kannst aber auch sagen Mehmet hat das und das gesagt ist ein Unterschied ob er sagt Mehmet hat mir das und das gesagt oder ob er sagt Mehmet hat das und das gesagt wenn er sagt Mehmet hat mir das gesagt du sagst Mehmet hat mir das gesagt das heißt du hast es von ihm gehört direkt er hat mit ihm gesprochen ok Aber wenn du sagst, Mehmet hat gesagt, dann kann es sein, er hat es von jemand anderem gehört und er hat es von jemand anderem gehört und er hat es von Mehmet gehört. Ja, es ist nicht klar, ob du es von ihm direkt gehört hast. Und das hat dieser Mensch, rahimallah, öfter gemacht. Sehr oft gemacht. Und das Problem ist, wann hat er das gemacht? Wann hat er das gemacht? Er hat das gemacht, wenn Mehmet eine Person war, der man nicht vertraut hat. Er selbst nicht. Er wusste, wenn die Leute hören, du überlieferst das über Mehmet, dann akzeptieren sie von ihm den Hadith niemals. Weil sie müssen mit Mehmet das was nicht in Ordnung. Dann hat er den Namen einfach nicht erwähnt. Fertig. Ja, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich gehe nicht um Mehmet, Entschuldigung, Mehmet hat er ja erwähnt. Ich meine, die Person dazwischen, du willst nicht sagen, du hast den Hadith gehört von Nail. Ja, du sagst einfach, Mehmet hat gesagt. Weil, wenn du sagen würdest, Nail hat mir gesagt, dass Mehmet gesagt hat, dann würden die Leute niemals von Nail akzeptieren. Deswegen erwähnst du meinen Namen nicht. Du sagst direkt, Mehmet hat gesagt. Und die Leute denken, was? Denken, Mehmet hat es dir wirklich gesagt. Das Problem ist, wenn du ihn kennst, tatsächlich. Das heißt, es kann sein, hat es dir wirklich gesagt. Aber es kann sein, hat er dir nicht gesagt. Das ist ein Problem. Aber wenn Mehmet schon gestorben ist vor 100 Jahren, dann ist es uns egal. Dann wissen wir so, dass du es nicht von ihm direkt gehört haben kannst. Aber wenn du in seiner Stadt gelebt hast, dann kann es sein. Und diese Geschichte hat dieser Mann, rahimallah, öfter gemacht. Und deswegen vertraut man ihm nicht, wenn er nicht klar und deutlich sagt, die und die Person hat es mir gesagt. Weil Lügen tut er nicht. Seien wir uns einig. Der war eine große Imame. Lügen tut er nicht. Und er spricht immer die Wahrheit. Aber er sagt nicht klar, wer ihm das gesagt hat. Das nennt man Tadlis. Tadlis auf Arabisch. Und das ist bekannt. Manche Gelehrte oder Hadith-Überlieferer sind dafür bekannt geworden. Und deswegen, wenn man das findet im Isnat, ist es ein Grund dafür, dass der Hadith als taif eingestuft wird. Obwohl es hätte sein können, dass es ihm gehört hat. Kann sein. Aber muss nicht sein. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und deswegen, das ist ein zweiter Grund, ein zweiter Grund, warum der Hadith als schwach eingestuft worden ist. Ein dritter Grund ist, dass Imam Ahmad, rahimallah, und Abu Nu'aym, eben Shaiba, haben diesen Hadith auch überliefert, als eine Aussage, als eine Aussage von einem Überlieferer namens Salman. Und nicht als ein Hadith vom Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Und das weist darauf hin, dass die anderen gedacht haben, es wäre ein Hadith vom Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Und haben es ihm zugeschrieben, obwohl es nicht der Fall ist. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und das weist auf dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Und das weist auf dem Propheten Sallallahu alaihi wa sallam. Und das weist auf dem Propheten Sallam. Und das weist auf dem Liefer neighborhood. Und Hajime binồi der 5-Ton. Vielen Dank.